Oh, das sind nochmal andere irgendwie. Okay, das ist ein Dreierteam. Ich hab den mit der Goldrüstung zweimal gehittet. Nee, guck mal, das ist kein Dreierteam. Doch, doch, das ist ein Dreierteam. Achso. Willkommen zu einer Runde Skywars. Was? Survival Games. Hallöchen. Hallo, ich seh dich da hinten. Ein Astronaut. Ein Astronaut, ein Astronaut. Ich bin Gomme 4K, ich komme aus der Zukunft. Ich bin heute wieder gelandet mit dem Raumschiff. Und Longfort, da hast du dir eine richtig schön große Karte ausgesucht. Ich hab erstmal direkt... Komm, komm, hinter dir. Das hast du dir eine richtig schön große Karte ausgesucht. So eine richtig, richtig schön große. Aber ich persönlich mag die richtig gerne. Ich finde, ja. Ich persönlich mag die Karte aber sehr. Ich stehe auf große Dinge, Gabel. Ach, das ist ja nichts Neues hier. Wollen wir hier rüber die Brücke? Ich folge dir. Wir müssen erstmal Equip sammeln. Das ist ja Regel Nummer 1. Ohne Waffe gehe ich nicht in den Kampf. Ich weiß ja hier alle Truhen. Ich könnte dir die Krafts und Secrets zeigen. Aber das mache ich nicht, weil ich bin sozial. Ach, hast du auch auf der Karte die platziert? Äh, die T2 ist ja. Nice. Bamzen. Hahaha. Siehst du, ich hab nen Kill. Was machst du fürs Team? Nichts, Gommel. Ich kill dich gleich. Pass mal auf. Alter, ich kill dich gleich zweimal. Alter. Guck mal hier. Hey. Hey. Hahaha. Hahaha. Meine Truhe. Wir sind ein wenig leichtsinnig. Dürfen wir es heute sein, Mr. Worf? Oh nein, Alter. Eigentlich nicht. Wir haben so viele hinter uns. Denn wir haben gerade schon so viele. Wir nehmen jetzt schon seit. Soll ich sagen. Seit. Warte. Seit. Ja. Fast. Seit 1 Stunde und 50 Minuten nehmen wir auf. Oh, das war geil. Und kriegen keine Runde hin. Ja. Weil wir die Besten sind. Immer passiert irgendwas. Auf jeden Fall, Gommel ist mittlerweile glaube ich. Mittlerweile denkt er glaube ich wirklich. Er ist ja ein Astronaut. So oft wie er das erwähnt hat. Hahaha. Er ist halt wirklich so. Hahaha. Ich gehe heute Nacht schlafe. Ich träume von Astronauten. Und meinem Raumeinzug. Ich bin zum Beispiel. Boah, ich verhunger gleich. Was Gommel auch nicht weiß. Das muss ich euch auch noch erzählen. Ähm. Wo bist du denn? Ach, da oben. Ich hab, ihr seht. Ah. Ich bin runtergefallen. Aber ich lebe noch. Ja, was Gommel auch nicht weiß. Das muss ich euch noch erzählen. Ähm. Dass ich immer wieder hier runterfalle. Ich will oben an die Truhen. Echt hier unten gucken. Ah. Und zwar. Ihr seht im Hintergrund ist endlich mein Regal aufgebaut. Das hat Gommel heute. Ah, ich bleib. Ich geb's auf. Ich bin grad zu dumm. Und dann geht ja schon wieder gut los die Runde hier. Die waren auch überall T2s. Ich weiß noch nicht mehr wo. Und lass mal hier auf den Hügel. Ey, du gehst immer steil. Ich hab eine Goldappel. Ja. Ich hab auch einen. Brauchst du eine Goldhose? Ich hab keine Waffe. Brauchst du eine Goldhose? Ich hab eine Hose für dich. Äh, eine Waffe und eine Hose. Oh. Danke. Hast du einen Kompat? Nee, hab ich nicht. Auch kein Kompat. Ah. Ein Kompat. So, bitte. Und ich hab eine Eisenhose für mich. Haha. Hier wird schön Strom gezapft für die, ähm, Server. Solarene. Wie macht ihr das also? Ich wusste das schon immer. Ja, hier stehen die. Alles ertappt. Hier stehen die Solaranlagen. Riesendinger. Auf jeden Fall, ähm, ihr seht wie gesagt, es ist ja zwar wunderschön hier, mein Regal ist schon im Hintergrund, aber es ist so dreckig, also überall liegt Müll rum, weil ich noch nichts eingeräumt hab so richtig. Mr. Mo, wie komm ich da ran? Äh, da ist noch ein Knopf daneben. Ach, oh. Der Trottel. Gar nicht gesehen. Dislike. Hier oben müsste aber auch noch eine Truhe sein. Von mir bekommst du einen Daumen hoch. Aua. Nein, das hör auf. Jetzt lachst du dich doch ran, ich möchte an die Truhe. Ich auch. Das gibt's doch nicht, ich hab nur noch fünf Herzen. Okay, sorry. Brauchst du was zu essen? Oh, Steinschwert, yes und eine Angel. Die Angel kriegst du. Willst du die hier, du hast eine bessere Hose. Ich hab schon eine Angel. Dann nehme ich die Angel. Ah, dann hab ich dir wieder zugeworfen. Ich bin nämlich, okay, danke. Ich hab immer noch keinen Kompass. Genauso wie du noch keinen Kompass hast. Die Leute sterben alle und wir pimmeln hier rum, weißt du? Wir machen nichts. Beste Hunde der Welt. Beste Hunde der Welt. Ja, dann lass mal wieder in die Mitte. Jetzt haben wir ja langsam. Ja, ja. Na gut, ich hab nicht viele Nahrungen. Das ist mein Problem. Ich hab noch eine Suppe, aber mehr auch nicht. Folge mir auf Schritt und Tritt. Dann bekommst du alles mit. Das war ein crazy Reim. Kommt man da nicht rein? Kann ich da reinboosten? Warum hab ich da eine Truhe drinne? Wahrscheinlich hab ich da eine Truhe drinne platziert und hab mich drauf geachtet, dass man reinkommt. Secret vielleicht? Warte. Ah! Nee, das geht nicht. Hier musst du dich raufstellen. Ach ja, hier. Haha. Ah nee, das geht nicht. Da stößt du dir den Kopf. Ich will mir nicht den Kopf stoßen. Bin zu doof dafür. Nee, lass das mal. Bevor du dich da noch einsperrst. Ich will doch nur die Truhe. Ich bin Truhengeil. Ich bin jetzt Gegnergeil. Ah, da ist ein Gegner. Einfach komplett Eisenrüstung. Pass auf, ich bin wenig weiter von dir entfernt. Ja. Noch bin ich, ich bin voll jetzt auf Adrenalin. Batman. Da hast du ihn aber erschreckt. Ja, den hab ich erschrocken, Alter. Bam. Hab mir noch einen Hit mitgegeben. Ich hab ihn auch noch mal getroffen. Ja, auch noch mal getroffen. Oh, ich bin voll ins Feuer reingelaufen. Ja, ich hab die gereckt. Ich hab dich geboostet. Das war so easy. Teamwork, Teamwork. Okay, wir brauchen noch mal Nahrung. Kannst du mir Nahrung abgeben? Ja, das ist noch eine bessere. Hier eine Eisenhose für dich und ich hab hier Fleisch. Oh, lecker, danke. Ich hab endlich einen Kompass. Okay, dann lass mal in Richtung, bitte. Kompass teilt nach da. Da sind auch Rosenblätter, glaub ich, ja. Komm mit, Mann. Wir warten alle auf dich. Ich folge dir. Ganz zur Runde, Alter. Ganz zur Runde. Ja. Aber dir geht's soweit heute gut, ne? Sonst? Ja, doch. Eigentlich schon. Ich freu mich gerade, dass wir schon so lange überleben. Ja, ne? Ist krass. Das find ich schon toll, ja. Jetzt noch ein paar Gegner. Auf dem Kanal haben wir übrigens Endergames gespielt. Hat bei ihm natürlich sofort alles funktioniert. Ähm. Natürlich. Bei mir, wie immer, Top-Leistung. Ich hab heute geweint in der Licht. Ich hab so geweint heute. Naja, nicht spoilern, spoilern. Du bist auch weit gekommen. Alter, wo ist denn der Kompass hin hier? Fünf Jahre später. Wir sind noch nicht da. Was ist da los? Ey, die Map ist einfach riesig. Oh, die ist gelootet. Wir sind auf dem richtigen Weg, Gomme. Warum gehst du? Okay. Jetzt in die Richtung. Gomme, 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 Gomme. Ja, ich bin direkt hinter dir. Warte, soll ich dich boosten? Naja. Bringt grad gar nichts. Komm mal, schneller. Hier, gibst mir Lohn. Wollen wir die mitnehmen? Da sind, da sind, Dreier. Zwei. Ne, zwei, die einen verfolgen. So. Oh, der hinten hat auch gute Wüstung. Ja, die haben richtig beide Voto-Equipements. Die sind alle nicht so schlecht gequipped. Ah, Feuer! Die immer mit ihren Feuerzeugen. Ich hasse das. Ich auch. Weil, egal welche Wüstung mein anderer hat, Feuer macht immer richtig viel Schaden. Oh, das sind nochmal andere irgendwie. Okay, das ist ein Dreierteam. Ich hab den mit der Goldrüstung zweimal gehittet. Ne, guck mal, das ist kein Dreierteam. Doch, doch. Das ist ein Dreierteam. Ach so. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Komm weg. Komm weg. Komm weg. Du bist eingekesselt. Ja, ich hab noch ein Herz. Das ist das Problem gerade. Okay, einen habe ich. Einen habe ich. Ah, ne, halbes Herz. Halbes Herz noch. Hab den Zweiten? Ja, der andere ist hinter mir her. Warum hinter mir? Warum hinter mir? Ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann ihn nicht angreifen. Wenn ich ihn angreifen, booste ich ihn. Ja, ja. Habe ich ihn getroffen? Ja. Ja, ich hab ein Gold ab für dich essen, schnell. Dann kann ich dir helfen. Ah. Ich hab volles Leben. Ich hab volles Leben. Ich kann nicht boosten, wenn ich in deiner Nähe bin. So. Ich hab auch wieder ein paar Herzen. Ja, ich komm mit drauf. Ja. Ja. Ah. Ein Traum. Ein Träumchen, mein Däumchen, Alter. Jetzt hab ich auch einen Kompass, übrigens. Ah. Das war wieder eine schwierige Geburt. Hast du auch einen Eisenbrustpanzer? Nee, leider nicht. Hatte einer einen, dann liegt er vielleicht noch da unterwegs. Ja, stimmt. Oh, ein Deathmatch beginnt bald schon. Hm. Wo hab ich die denn alle gekillt? Alter, war das knapp, ne? Ja, auf der Straße, glaub ich. Alter, war das knapp. Ja, das war... Die hab ich eingekillt. Keine Ahnung, du hast alle bekommen. Da liegt aber nur ne Dings. Wo ist der andere gestorben? Verdammt, ich glaub, der hatte ne Eisenhaar nicht. Hm. Der lebt bestimmt noch. Nee, der ist tot. Also schön ist, wenn wir jetzt noch einen Gegner vor uns. Ja, das ist immerhin etwas Positives. Das bist du. Da vorne. Ich werde ihn töten. Ich schaff das. Eins gegen eins. Nein, du Arsch. Ja. Das klaut er wie den Kill. Wollen wir jetzt schon anfangen, oder was? Doch. Und du hast sogar nen Bogen jetzt. Das gibts dann. Ja, ich mach den Bogen mal weg. Nein. Nein, ich wollte den Teer ziehen. Mit der Angel. Mit der Angel hab ich dich. Okay, sorry. Jetzt hast du hier viel Gommelmund wieder mal. Nochmal. Ja, stimmt. Das hab ich aber zweimal. Das hab ich jetzt zweimal. Seht das doppelt? Nee. Leider nicht. Ich muss noch mal die anderen Erfolge nahe machen. Ja, das war ne Runde Survival Games mit dem echten Gommel. Ja. Das war an sich ne spannende Runde, fand ich. Auf jeden Fall. Gerade selber da. Ich weiß es doch. Die eine Stelle da. Ja, ja. Schaut bei Gomma auf jeden Fall vorbei. Denn da ist pure Spannung. Bei ihm gibt's immer Action, ja? Ich hab noch nie so viele Explosionen gesehen wie auf seinem Kanal. Ja. Danke fürs Kompliment. Kann ich nur zurückgeben. Ist bei dir auch so. Nur dann drückst du meistens nicht auf Aufnehmen, wenn das passiert. Ja. Erinner mich nicht dran. Bitte. Okay. Bis zur nächsten Folge. Der Skype Verlauf ändert dich daran. Tschö. Ciao.